Mal ganz kurz, wir hatten heute das Thema wieder. Wie lernt man wirklich, und zwar dauerhaft, ich habe das ja schon ein paar mal angedeutet, durch Wiederholung, immer wieder wiederholen. Wir gucken uns mal an, oder ich frage auch gerne mal, warum weißt du wie du heißt oder wo du wohnst? Na weil du es jeden Tag hörst oder machst oder was auch immer. Alles was man immer wieder tut, kann man nicht so gut vergessen oder vergisst es überhaupt nie wieder. Jetzt gucken wir uns mal an, was normalerweise passiert. Wir gucken uns mal diese Kurve an hier. Man hat heute was gelernt, freut sich, jawohl, das hält auch noch ein paar Stunden gut an. Man bleibt also auf 100% seines Wissens, was man gelernt hat. Und man sagt, naja, hier an diesem Tag ist eine Klausur. Ach herr, geh nochmal, dann werde ich am letzten Tag lernen. Natürlich, wir müssen vergessen. Und während des Vergessens bedeutet das, wenn ich dann einen Tag vor der Angst wieder anfange zu lernen, dass ich das meiste vergessen habe und es sehr schwer habe, das wieder zu verstehen. Und dann komme ich gar nicht mehr. Ja, vor allem im Studium ist es dann so, auf volle 100%, sondern ich komme so schlecht und recht zur Prüfung, habe vielleicht die ganze Nacht durchgelernt. Meine Wissenskurve geht natürlich wieder runter, das ist normal. Aber wenn es dann soweit ist, da, 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 na dann ist es zu spät. Schöner und viel spannender ist, zu sagen, okay, ich habe es heute gelernt, eine Stunde danach, wo ich es noch weiß, lerne ich nochmal. Und wenn ich dann nächsten Tag nochmal bloß ein paar Minuten das Gleiche wiederhole und nochmal und nochmal, dann bleibt ihr nahezu auf dem Wissensstand, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher. Und an diesem Tag der Klausur hier, dann sagt ihr, naja, mein Gott, das tut nicht weh, da gehe ich gerne hin, das mache ich leicht. Leute, wirklich, das ist der Trick. Heute das Gelernte wiederholen, nicht irgendwann. Dann habt ihr es dauerhaft drauf. Und das ist ja das, was ich immer will. Und mittlerweile bei so vielen, ach, 12.000, 13.000 Schülern, die ich schon hatte, hat das hier geholfen. Das andere nie. Also kurz vor der Angst, ja, gut, bei ganz Begabten vielleicht, aber nicht bei der Insgesamtmasse. Die müssen das lieber so machen und dann werden sie auch richtig gut. Dann gehen sie mit 100% in die Klausur oder in den Test. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Also, was ihr heute gelernt habt, heute nochmal ein paar Minuten wiederholen, morgen ein paar Minuten, ein paar Minuten, ein paar Minuten. Das spart so viel Zeit, denn ein paar Minuten am Tag, die hat jeder. Aber sich ein paar Stunden hinzusetzen, um das nochmal reinzupauken, was man schon fast vergessen hatte, das wird nichts. Also, alles Gute. Tschüss.